Sie hören den Artikel ARRI aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 3. Februar 2015. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der CNU-Lizenz für freie Dokumentation. Arnold und Richter, Cinetechnik GmbH und Co. Betriebs KG, kurz ARRI, ist eine in München ansässige Unternehmensgruppe. Sie verleiht, produziert und vertreibt digitale und mechanische Geräte zur Filmherstellung. Das Sortiment der eigenen Produkte umfasst Lampen, digitale wie mechanische Kameras, Filmbelichter und Abtaster sowie Kamerazubehör. Vertrieben werden außerdem Objektive, Stative, Software und Rekorder. Geschichte Im Jahr 1914 bauten die beiden Schulkameraden August Arnold und Robert Richter einen Kinoprojektor mit Handbetrieb auf Elektromotor um und fügten als hellere Lichtquelle eine selbstgebaute Bogenlampe hinzu. Außerdem ersetzten die beiden die 60-Meter-Drommeln durch eine selbstgebaute 300-Meter-Drommel. Zusammen lernten sie als Schüler Martin Kopp, Filmpionier und Filmberichterstatter aus München kennen. Dieser Lehrmeister drehte, entwickelte und kopierte in seiner eigenen Werkstätte. Hier durften Arnold und Richter als Kopierer arbeiten und selbst drehen. 1915 trafen beide auf Peter Ostermeyer. Dieser betrieb am Karlsplatz in München ein Glasatelier für Spielfilmaufnahmen. Hier erlernten Arnold und Richter die Technik der Spielfilmherstellung. Robert Richter ging vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in die USA und jobbte als Hilfskellner. Außerdem als Automobilmechaniker in New York und bei Ford in Detroit als Maschinenschlosser. Bei der zur damaligen Zeit unter Famous Players Lasky firmierenden Paramount Pictures half er mit, die erste vollautomatische Filmentwicklungsmaschine zu konstruieren. Zuletzt arbeitete er in Hollywood als Hilfskameramann in den Studios von William Fox. Er kehrte zurück nach Deutschland. Richter studierte an der Technischen Hochschule München Maschinenbau und promovierte anschließend. Arnold ging zum Studium an das Technikum mit Weider und erhielt später einen Dr. Inc. HC der TU München. Am 12. September 1917 gründeten beide die Firma Arnold und Richter. Zunächst waren Geschäftsgegenstände Filmaufnahmen und der Betrieb eines Foto- und Filmchemischen Laboratoriums. Geld verdient wurde durch Kameraarbeit, Filmvorführung und Mechanikarbeiten. Die erste eigene Kopiermaschine wurde gebaut, um endlich selbst kopieren zu können. Bekannt wurde ARRI jedoch durch die von Erich Kästner geleitete Entwicklung des Spiegelverschlusses in Filmkameras. Mit dem 1937 in der ARRI-Flex vorgestellten Spiegelverschluss wurde es möglich, durch den optischen Sucher ohne Parallaxenfehler den exakten Bildausschnitt und die Schärfenverteilung zu sehen. ARRI stellt unter anderem auch Scheinwerfer, Filmprojektoren, Lasergeräte für die Datenausbelichtung auf Film und medizinische Kameras her. Die Firma hat bisher 16 Mal den Oscar für technische Innovationen in der Filmindustrie erhalten. Den 16. Oscar erhielt die Firma am 20. Februar 2010. Seit 2009 orientiert sich ARRI auf den digitalen Bereich. Dazu gehören Digital Intermediate und digitale Kinokameras. ARRI D20, D21, ARRI Laser und ARRI Scan. Die Digitalkameras D20, D21 werden dabei neben dem Vermieten auch verkauft. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass RED, ein 2006 entstandener Hersteller von digitalen Kinokameras, den bislang unangefochtenen Marktführer ARRI in den Verkaufszahlen von 35mm Filmkameras erheblich übertraf. Für Kinokopien verkauft ARRI seit 2005 Digital Cinema Mastering inklusive Digital Cinema Packages, sogenannte DCPs. Auf der International Broadcast Conference im September 2008 stellte ARRI den ARRI QCP, den ARRI Quality Control Player, vor. Neben Wiedergabe-Funktionalität von DCPs können die DCPs nach SM-PTE und DCI-Kompatibilität überprüft werden. Das Gerät wurde in Zusammenarbeit mit Cinesert LLC entwickelt. 2010 erhielt ARRI den Ehrenpreis beim Deutschen Kamerapreis für seine technischen Innovationen und seine Verdienste im internationalen Film. Am 1. Oktober 2012 wurde bekannt, dass der Sohn des Firmenmitgründers August Arnold, Richter Arnold, seine 50%-Anteile an der ARRI AG an die Nachfahren des zweiten Firmenmitgründers Robert Richter verkaufen werde. Hierzu sollen angabegemäß, dessen Anteile in die Stahlbeteiligungs-GmbH eingebracht werden. Nach Genehmigung des Kartellamts endet damit die 95-jährige paritätische Partnerschaft beider Familien. Objektive ARRI vertreibt, vermietet und verkauft Objektive für 16mm bzw. 35mm Filmkameras und digitale Kinokameras mit Super 35-Sensor. Zusammen mit Carl Zeiss wurden bisher drei Serien von sphärischen Kinoobjektiven mit festen Brennweiten sowie ein Makroobjektiv entwickelt. Im Frühjahr 2013 stellten ARRI und Carl Zeiss außerdem eine neue Serie von anamorphotischen Kinoobjektiven mit festen Brennweiten vor. Zusammen mit Fujinon wurden bisher vier sphärische Zoom-Objektive entwickelt. ARRI etablierte Objektivanschlüsse nach der Norm ARRI-PL und entwickelte das ARRI Lens Data System LDS, welches über das Bajonett Objektiv-Metadaten an die Kamera übertragen kann. Zubehör ARRI stellt filmtechnische Zusatzgeräte her, beispielsweise Compendien wie das MB20 oder MB14 und schärfe Zieheinrichtungen wie die FF3 und die FF4. Diese werden heute auch für Kameras anderer Hersteller genutzt. Außerdem hat ARRI Stützsysteme für Objektive und Kamerazubehör entwickelt, die sich als Standards etabliert haben. Licht Scheinwerfer und Leuchtmittel zur Film- und Fernsehproduktion und Veranstaltungstechnik werden von ARRI hergestellt. Die ARRI Lighting-Sparte erhielt Aufträge aus Neuseeland für die Herstellung von Peter Jacksons Herderringe und die Aufzeichnung der Olympischen Spiele 2008. Obgleich ARRI im Markt für digitale TV-Kameras nur einen geringen Marktanteil besitzt, werden für Studios die Kameras anderer Hersteller und Leuchtgeräte der ARRI eingesetzt. ARRI RAW Für die digitale Kinoproduktion entwickelte ARRI das ARRI RAW RAW-Datenformat, das bei den Modellen D21 und Alexa zum Einsatz kommt. Es gestattet die Aufzeichnung der rohen Bayer-Sensor-Daten im Format von 2880 auf 1620 bei 23,976 Bildern pro Sekunde beziehungsweise 24p und 25p sowie 2880 auf 2160 Pixeln bei 23,97 Bildern pro Sekunde und 30p mit jeweils 12 Bit pro Farbkanal. Aufgrund der anfallenden Datenmenge von 10 GB pro Minute Drehzeit war zunächst eine Speicherung nur über eine spezielle als T-Link bezeichnete Schnittstelle auf externe Speichervorrichtungen, z.B. von Codex Digital, möglich. Für die Weiterverarbeitung mit üblichen Schnittprogrammen ist eine Umwandlung mittels eines Konverters in ein weiterverarbeitbares Format wie z.B. DPX notwendig. Die Einführung der sogenannten XR-Module zur Montage an der Kamera gestattete ab Anfang 2013 die Aufzeichnung von ARRI RAW direkt in der Kamera. Die Speicherung erfolgt hierbei auf XR-Capture Drives, die SSD-Speicher verwenden. Lens Data System Zur Unterstützung der Kamera-Assistenten und für das Video Assist hat ARRI das Lens Data System entwickelt. Dieses gestattet das Erfassen von unter anderem Fokus, Blende, Zoom-Zustand, Schärfentiefe, hyperfokaler Entfernung, Nahfokus, Bildfrequenz, Belichtungszeit, Batteriespannung, Footage, Restfilm und Einstellungslänge und die Übertragung dieser Werte an eine spezielle Entferntanzeige oder im Video Assist System. Bestandteil ist das ARRI PL Lens Data Mount Bajonet. Filmkameras werden in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Man unterscheidet die Produktklassen nach dem zu belichtenden Medium in 16 mm Film oder Schmalfilm, 35 mm Film oder Normalfilm, 70 mm Film oder Breitfilm. Die hierzu verwendeten Kameras sind entweder digitale Kinokameras oder Filmkameras. Panne beim Film Operation Walküre Negative internationale Schlagzeilen erhielt die Firma 2007. Im Kopierwerksbereich von ARRI wurde durch einen ungeklärten Fehler Filmmaterial mehrerer Drehtage der A-Budget-Produktion Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat, beschädigt, weswegen mehrere Drehtage wiederholt werden mussten. Kameraproduktion ARRI, wie auch die Mitbewerber Panavision und A-Ton, beendete die Produktion von Filmkameras 2012. Seit der Jahrtausendwende werden zunehmend digitale Kameras anstelle von Filmkameras eingesetzt, wie z.B. DD20 und D21. Wie in der unbewegten Fotografie, wo digitale Technologien den Film verdrängen, werden heute digitale 35 mm Kameras und keine auf fotoschemischen Film basierenden Geräte mehr verkauft. Verschwindend gering ist der Anteil des 70 mm Film. Dieses Format wurde in den 1960er Jahren wegen seiner dem 35 mm Film überlegenen Bildqualität eingesetzt, bspw. für Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Heute wird es nur selten eingesetzt, so beim Dreh von Teilbereichen von Der Herr der Ringe und teilweise bei Tom Tickvers The International. Das Segment 16 mm wurde oft im Budget- und TV-Bereich eingesetzt, vor allem für die Produktion von Fernsehspielen. Heute nehmen viele Sender, wie beispielsweise die britische BBC, kein 16 mm Material mehr an, da die Güte für HDTV zu gering ist. 16 mm ist für Produktionen im Einsatz, bei denen Filmlook gefragt ist, z.B. Image-Trailer von Sendern und Unternehmen, Musikvideos und Werbung. Weltweit teilen sich heute ARRI, ATOM, Blackmagic, Sony, Panavision, RED und Phantom den Markt für die Produktion von professionellen, kinofilmtauglichen Kameras mit 35 mm und S35 mm großem Sensor. Im Bereich der 16 mm Kameras gibt es Anbieter von Kameratechnik, teilweise aus dem IEDM-semiprofessionellen Markt, teilweise aus dem traditionellen News- und Doku-Filmbereich. Zum Teil haben die Filmgeräte länger überlebt als ihre Hersteller. Für die Filmproduktion werden die Kameras oft über Rental-Firmen an die Produktionsfirmen vermietet. Filmproduktion Filmproduzenten nutzen sogenannte Rental-Häuser, d.h. Firmen, die professionelle Filmausstattung und auch Lichttechnik vermieten bei der Produktion. Dazu kommt anderes Equipment wie die Scheinwerfer ARRI Lighting. Die Geschäftsmodelle von Arnold & Richter und Panavision unterscheiden sich stark. Panavision produziert digitale Kinokameras und 35 mm Sync-Sound-Filmkameras und vermietet diese allein durch eigene Kamera-Rental-Häuser weltweit. Im Bereich der 35 mm MOS-Filmkameras werden die ARRI-Kameras eingekauft und Panavised. Dabei wird lediglich die Objektiv-Aufnahme verändert. ARRI produziert MOS- und Sync-Sound-Kameras. Diese werden weltweit auch an Panavision verkauft sowie in eigenen und fremden Rental-Häusern vermietet. Die 2004 eingeführte digitale Kinokamera von ARRI, die D20, wurde anfangs nur vermietet. Filmmarkt Marktanteile für den eigentlichen Markt der 35 mm Kameras sind schwer zu bestimmen. Derzeit befindet sich der Markt im Umbruch, da ein neuer Anbieter, die Firma RED, von einer digitalen Kinokamera mit einem ähnlich großen Chip wie beim 35 mm Film über 8500 Stück verkaufen konnte und somit Marktführer bei Neugeräten wurde. Jedoch werden 35 mm Kameras traditionell über sehr lange Zeiträume genutzt. Daher ergibt sich im Bestandsmarkt noch ein anderes Bild. Von der ARRI Alexa konnten im ersten Jahr über 1500 Exemplare verkauft werden, teils auch an sogenannte Owner Operator, also Filmemacher, die selbst eine Kamera zur Eigennutzung angeschafft haben. Die Aufteilung des Marktes ist allerdings nicht statisch. So ist es ARRI und Dalsa gelungen, zum ersten Mal seit Bestehen der James-Bond-Filmreihe Panavision einen Auftrag streitig zu machen. Bislang wurden alle 21 Filme des Agentenklassikers mit Panavision Equipment gedreht. Beim Dreh von Nummer 22, Ein Quantum Drost, wurde zum ersten Mal mit ARRI Equipment, darunter auch die ARRI D20, gedreht und bei dessen Nachfolger Skyfall mit der ARRI Alexa. ARRI Preis Seit 2008 sponsert ARRI den Preis für den besten ausländischen Film beim Filmfest München bis 2010 zusammen mit Zeiss, danach alleine, seit 2013 zusammen mit Osram. Der Preis war anfänglich mit 30.000 Euro dotiert, inzwischen hat er einen Wert von 50.000 Euro. Der Artikel ARRI wurde vom Benutzer BLIK am 15. Februar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 kann unter creativecommons.org slash licenses slash by bindestrich sa slash 3.0 slash de ed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der CNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.knu.org slash copyleft slash fdl punkt html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash ARRI Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.